Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Jetzt stelle ich euch von Adidas den Adistar Salvation 2 vor. Dieses Topmodell aus der Adidas Stabilitätskategorie überzeugt durch seine optimale Kombination aus Dämpfung und Stütze und ist daher für alle Läufer geeignet, die in der Abrollbewegung etwas stärker pronieren und mehr über die Fußinnenseite abrollen. 4Motion sorgt im Obermaterial für eine komfortable Passform und für festen Halt während der Abrollbewegung. Das verwendete Mesh-Material ist darüber hinaus sehr atmungsaktiv. Das hohe Maß an Dämpfung des Salvation wird durch Adipren im Fersenbereich und Adipren Plus im Vorfußbereich gewährleistet. Unterstützt wird die Abrollbewegung durch die entkoppelte Ferse, die den Abrollvorgang sanft einleitet. Um Überpronierern während der Abrollbewegung die nötige Kontrolle zu geben, verfügt der Salvation auf der Innenseite über die sogenannte Pro-Meadorator-Stütze. Für alle Läufer, die auf ein hohes Maß an Dämpfung und Stütze während des Trainings Wert legen, ist der Adistar Salvation genau der richtige Schuh. Und ihr könnt ihn in allen Runners Point Filialen bekommen oder hier im Shop bestellen unter www.runnerspoint.com 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 www.runnerspoint.com